Das ist eine typische Highschool und das... ...nicht. Die widerlichste Anhäufung von Abschaum und Schurken der Welt. Das ist die Schülerschaft. Der totalste Hammer. Das ist die Kunstklasse. Los, malt weiter. Es muss erotisch sein. Ich brauche Inspiration. Dieser Unterricht ist großartig. Das ist der Direktor. Wo ist mein Popcorn? Das ist meine Brust. Das ist die Schulkrankenschwester. Willkommen in meinen Behandlungsraum. Und das... ...ist die Auftaktveranstalter. Das ist die American Highschool. Was ist hier los? Also kommen Sie mit in die Klasse, in der die heißesten Kids der Schule... ...Hör nicht hin. ...Eheleute sind. Wer heiratet denn schon auf der Highschool? Die Lehrer sind außer Kontrolle. Ich sollte die Auswahlkriterien für Lehrer überdenken. Und der Wettbewerb. Ich werde Ballkönigin. Und das ist hiermit versprochen. Weißt du, wer Ballkönigin sein wird? Ich bin halt. Wört gemein. Inweg bin ich eine Granite. Hey, jetzt kommt Gwen Adams. Ich wollte... Du bist definitiv... ...unbeliebt. Aber... Du wärst jetzt nicht weg. Soll ich etwa laufen? Die Krone zu gewinnen... Wir sind keine Kinder mehr. Ich habe jemanden geheiratet, den ich gar nicht kenne. ...heißt das Wichtigste zu verlieren. Und du weißt, dass wir die beliebtesten Schüler der Schule sind. Also lass uns ein Baby machen. Wow, hier gibt's ja total unheimliche Erscheinungen. Mit Talon Torriero aus Laguna Beach. Warum bist du ständig nackt? Aubrey O'Day aus Danity Kane. Ich finde, wir sollten uns besser kennenlernen. Hilfst du das nicht? Martin Klebber aus Fluch der Karibik. Also ich wisch dich weiter nicht auf. Doch, das wär super. Und zwar gerne. Brian Drohley aus The Hills. Oh, der Hammer! Nicky Searing aus American Pie. Und Jillian Murray in der heißen, brandneuen Komödie, die so abgefahren ist. Es geht um mich, nur um mich, mich, mich. Und darf ich das gesehen haben? Es gibt nur ein Wort, es zu beschreiben. Der Hammer! Der Hammer! Hammer! Wieso sagst du das andauernd? American High School. Der Hammer sieht Hammer aus.